Stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen zum Feierabend von Ihrem Schreibtisch auf. Der Schreibtisch ist leer, alle Aufgaben abgearbeitet, in Ihrer E-Mail-Inbox liegen keine ungelesenen oder unerledigten Mails. Sie steigen in Ihr Auto oder die Bahn und fahren nach Hause. Ihre Wohnung ist sauber und aufgeräumt, alle Wäsche gewaschen, gebügelt und ordnungsgemäß im Schrank verstaut. Das Geschirr ist gespült. Es warten keine privaten Anrufe, Rechnungen oder andere Dinge auf Sie. Sie haben nichts zu tun. Schwer vorstellbar? Allerdings. Denn tatsächlich unterscheidet sich unsere Realität so deutlich von diesem Bild, dass es den meisten von uns, mich eingeschlossen, völlig abwegig vorkommt. Im Beruf und im Privatleben sind wir meistens so stark gefordert, dass ein Fertigwerden nicht möglich ist. Manchmal sind wir uns dieser Tatsache bewusst. Oft aber verdrängen wir sie. Vielleicht haben wir Angst, dass wir so die Aufschieberitis auslösen, gemäß der Devise, wenn ich sowieso keine Chance habe, fertig zu werden, dann fange ich erst gar nicht an. Jetzt werden Sie mir sicher spontan zustimmen, dass das nicht funktioniert. Der amerikanische Erfolgsautor Brian Tracy hat eine Lösung für die Tatsache, dass wir nie fertig werden. Er nennt es das Gesetz der erzwungenen Effizienz. Sein Statement lautet, es ist nie genug Zeit, um alles zu erledigen, aber genug Zeit, um das Wichtigste zu erledigen. Das klingt für mich nach einer guten Devise. Aus meiner Sicht fasst dieser Satz sehr treffend zusammen, worum es heutzutage in Beruf und Privatleben geht. Prioritäten setzen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Danach das Wichtige konzentriert mit genügend Zeit und letztendlich gründlich, richtig und erfolgreich zu erledigen. Dazu noch ein wichtiger Hinweis. Tappen Sie bitte nicht in die Falle und sagen, dann ist alles Private ja zweitrangig und ich bin nur noch am Arbeiten. Warum das eine Falle ist? Im Privatleben, egal ob beim Sport, dem Gespräch mit Freunden oder einfach auf der Couch vor dem Fernseher, schöpfen wir die Kraft, die wir für den Beruf und die Bewältigung unserer vielfältigen Aufgaben brauchen. Wir bekommen den Kopf frei, um wieder kreativ zu werden. Wir erfüllen unser Bedürfnis nach sozialem Austausch, Anerkennung und Zugehörigkeit, die uns im Berufsleben oft so nicht zukommt. Deshalb ist Privatleben nie unwichtig, sondern gehört mit in die Liste der wichtigen Dinge. Untertitelung des ZDF, 2020